Musik Herzlich Willkommen meine Damen und meine Herren zu Mick Knaufs Daily. Und jetzt gerade über das Pfingstwochenende habe ich Ihnen mal eine Aktie rausgesucht, die ja durchaus auch ein Liebling ist. Nicht nur bei den Aktionären, sondern auch natürlich bei den Usern. Bei den Aktionären darf man da aktuell eher ein Fragezeichen hinter machen. Bei den Usern noch nicht so ganz. Es geht natürlich um Apple. Sie werden es vielleicht sogar schon erraten haben. Ja, die Aktie schwächelt und sie schwächelt ordentlich, muss man sagen. Also wenn man sich das mal anschaut, die Aktie aktuell bei 79,13, ist sogar unter die 80-Euro-Marke gefallen. Im Hoch noch bei 123,20 und somit haben wir tatsächlich ein neues Tief markiert. Und auf Jahressicht, ein Jahr genau, liegt man hier sogar in der Verlustzone mit 27 Prozent. Ja, der Rutsch unter die 200-Tages-Linie Mitte April, die hat natürlich ganz klar technische Verkaufssignale gesandt. Ja, und wohl dem, der diese Signale gesehen hat, der ist nämlich noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Seitdem her hat die Apple-Aktie tatsächlich Handelstag für Handelstag immer wieder abgegeben. Wenn man sich das mal durchrechnet, dann hat man hier tatsächlich einen Wert von 74 Milliarden US-Dollar ganz einfach mal vernichtet. Naja gut, meine Tim Cook ist zwar, und das muss man fairerweise sagen, nach wie vor ein großer, großer Bewahrer von Steve Jobs. Aber ihm fehlt es natürlich ganz klar auch an Innovationen. Naja, er hat zwar jetzt dann nochmal Reißaus genommen, war dann in einer großen, bekannten amerikanischen Fernsehserie drin, hat nochmal versucht, natürlich die Aktie vor allen Dingen halt eben hier eine Lanze zu brechen. Er war bei Jim Cramer in der Sendung Mad Money, Kult-Sendung übrigens in den Vereinigten Staaten, meine Damen und Herren. Ja, und hat gesagt, naja, immerhin sein 10 Milliarden Dollar Quartalsgewinn mehr als jedes andere Unternehmen machte. Damit hat er natürlich vollkommen recht. Trotzdem fragt sich natürlich so manch ein Aktionär, woher denn jetzt die Visionen, die Innovationen in Zukunft kommen sollen. Ja, Cook sieht die wohl mehr oder minder in Indien. Das scheint wohl so zu sein. Und er sprach oder versprach zumindest nochmal von spannenden Innovationen für die Zukunft. Was hat er gesagt? Ja, wir werden Ihnen Dinge geben, ohne die Sie nicht leben können, von denen Sie heute noch nichts wissen, dass Sie sie tatsächlich brauchen. Interessante, spannende Aussage natürlich. Aber da ist natürlich auch sehr, sehr viel Spekulation mit dabei. Ja, er versucht natürlich so gut wie möglich Steve Jobs Erbe zu bewahren. Und diesen Job, das muss man wirklich fairerweise sagen, macht er auch ganz, ganz hervorragend. Aber ihm fehlt natürlich die Kreativität. Ja, und dieser Tage kam ja innerhalb des Marktes mal so die Idee auf. Deswegen habe ich das Thema Apple auch aufgegriffen. Was denn wäre, wenn Apple ein Automobilunternehmen kaufen würde? Ja, und dann fiel mir ganz einfach mal ein wenig die Spinnerei ein. Wie wäre es denn, wenn Apple Tesla kaufen würde? Ja, mit Tesla hätte man natürlich direkt auch mal einen kreativen Kopf mit dabei. Elon Musk. Und Elon Musk, dem, naja, sieht man momentan wohl das größte technische, technologische Visionärtum an in den Vereinigten Staaten, was halt eben dementsprechend nach vorne läuft. Wenn man sich das überlegt, Apple hat das iPhone präsentiert. Aber, naja, in der Zeit hat Elon Musk X kommt, die Firma hinter PayPal gegründet. Er hat seine Raumfahrtfirma SpaceX nach vorne gebracht. Und er hat natürlich gerade mit dem Tesla die Elektroindustrie richtig, richtig auf Vordermann gebracht. Also, diese Idee wäre natürlich durchaus interessant. Naja, dann hätte man mit Apple tatsächlich an zwei Fliegen geschlagen. Nämlich auf der einen Seite hätte man einen neuen Visionär wie Elon Musk. Auf der anderen Seite hätte man dementsprechend auch noch ein Automobilunternehmen dazu bekommen. Naja, jetzt muss man mal schauen, wie es da halt eben weitergeht mit dieser Spinnerei. Der Aktienkurs, ich habe Ihnen oben schon erklärt, sieht auf jeden Fall aktuell nicht sehr freundlich aus. Auch von der Charttechnik nicht. Da muss jetzt Apple auf jeden Fall mit neuen Visionen ran. Und das, was mich so ein bisschen beunruhigt hat, war, dass auch noch Ende April der Star-Investor Carl Icahn, mittlerweile 80 Jahre alt, alle seine Apple-Aktien verkauft hat. Ja, er hat ganz klar gesagt, der weitere Erfolg des iPhone-Konzerns, der scheint ihm ungewiss, vor allen Dingen in Hinsicht, im Blick auf China. Naja, und das ist bei Gott kein gutes Zeichen. Carl Icahn ist ja immer relativ aggressiv, geht die Unternehmen ja dementsprechend an, macht Druck auf die jeweilige Konzernleitung. Naja, und das hat aber auch dazu geführt, dass man bei Apple zum Beispiel von 50 Milliarden, insgesamt 250 Milliarden Dollar mittlerweile an Dividenden, an Ausschüttungen trägt. Naja, und wenn Carl Icahn nicht mehr da ist, dann fehlt natürlich dieser Druck auf die Konzernspitze. Also gilt jetzt zum Überlegen, naja, wird Tim Cook tatsächlich das Ruder rumreißen? Wird man sich einen neuen Visionär holen oder lässt man die dementsprechend weiter in diesem Fahrwasser aktuell gleiten? Das allerdings dürfte für die Aktionäre auf jeden Fall nicht ausreichend genug sein. Das war mit Knaufs Daily zum Thema Apple, zu der kleinen Vision Apple, naja, vielleicht mit Tesla. Zusammen wäre auf jeden Fall meine Überlegung. Und ansonsten schauen Sie sich das Unternehmen, den Charter mal an und wenn Sie sich das gründlich getan haben, dann wissen Sie, dass Sie momentan sicherlich nicht unbedingt Bedarf haben müssen, um in Apple zu investieren. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wie gesagt, bleiben Sie mir und der Börse gewogen. Ihnen ein schönes Pfingstfest.